In dieser Einheit soll es ums Passen gehen, um die Grundtechniken, d.h. Brustpass mit beiden Händen, mit einer Hand und über Kopfpass. Ihr braucht dafür nur einen Ball und eine Wand. Achtet immer darauf, kontrolliert euch selbst, dass ihr die Hände sauber nach außen nehmt, nicht unsauber habt und mit einer Hand stärker passt als mit der anderen, sondern wirklich schön sauber mit beiden Händen und beide Hände auch hinter dem Ball. Ich mache einfach vor, ihr macht nach. Wichtig beim Überkopfpass, der Ball kommt auch über Kopfpass. Auch wieder bei euch an. Gleiche Passarten, jetzt machen wir das Ganze aus einem Dribbling mit einem schnellen Schritt. Wechselt auch da immer mal die Hand mit der Ball, der ihr dribbelt. Immer mal den Fuß, den ihr nach vorne setzt. Versucht euch immer einen Punkt an der Wand zu suchen, wo ihr dem Ball dran passt, dass er möglichst immer genau gleich an die Wand kommt. und dann machen wir das Ganze aus einem Dribbling mit einem Dribbling mit einem Dribbling mit einem Dribbling mit einem Dribbling. Dann war mit einem Dribbling mit einem Dribbling mit einem Dabgerad cruer.